jo leute was geht willkommen zurück zu tears of the kingdom folge 2 gerade den orni schrein hier gemacht den orni titan und ich würde sagen als erstes ich brauche jeden fall von hier ich brauche sowieso erstmal die ganze karte es geht mir sowieso am meisten auf den sack ich will die ganze karte haben aber ich glaube wir müssen als erstes zurück zu pura oder oder einfach erst mal die vier regionen erst mal komplett alle vier regionen okay was ist das denn hier geschafft episoden okay es gibt auch noch episoden und da gibt es auch noch zwei sachen die nicht drin okay dann gehen wir mal zum zora zora würde ich sagen oder ja zora auf geroden gar kein bock weil da ist wieder feuer und so und wüste auch kein bock so und jetzt fliegt der dude immer mit mir rum guck mal der läuft jetzt immer mit mir rum und wenn ich alle vier habe dann laufen vier leute mit mir rum das habe ich schon im league gesehen aber bisher extra verschwiegen weil ich finde das ist ein extrem großer league guck mal der läuft jetzt immer mit mir rum und greift auch mit an so wie bei dem titan gerade und ich dachte mir das wird ein zu krasser zu krasser league guck mal der läuft guck mal der läuft guck mal der läuft Ohhhhhhhhhhhhhh Wee Treuierra! Mannööö?! Oh! Der erste Torpass Z' doch heißt jetzt gleich noch bloß anders gleich mehr plus anders ich werde es mal eben kurz essen wegen ein steinsalz die geben 20 plus was was crazy bei skyward sword gibt es zwei sachen die mich nerven gebiete die du sehr oft die du öfters die du öfters bereisen muss toll es ist dein weg kann sich sehen und das rumgefuchtel und und Alter, das Knochen-Ding ist ja übel stark Wieso? Wieso? Das war's für heute. Alter, ist das stark. Ab sofort immer die Knochenleute killen. Kannst du es bitte nicht mit SS abkürzen? Das macht mich ganz nervös. Was? So, die Rüstung. Okay, dann gehen wir mal blau. So, die Rüstung. Den Turm und den Schrei machen wir. Also am liebsten würde ich erstmal alle Türme abklappern, damit ich die Karte habe. Also am liebsten. Im Prinzip ist es das Game wie Breast of the Wild plus den ganzen Himmel und plus den ganzen Untergrund, oder? Weil du hast ja trotzdem die ganze Overworld, die du beackern musst. Ich bin echt froh, dass es keine Wächter mehr gibt. Die waren echt nervig. Monster wurde. Bedrohung der Ebene. Was bringt das, wenn ich sowas kaputt mache? Gar nichts, ne? Kommt eh bei nem Blutmond wieder. Kommt eh bei nem Blutmond wieder. Nach Kakariko könnten wir mal ein Pferd schnappen und ab nach Kakariko. Ob da auch die Fee ist. Was ist das? Oh, wie cool. Oh. 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 zugeben, das ist cool. Das ist schon arsch cool. Das ist schon arsch cool. Das Ding ist einfach schnappen. Hm, scheint nicht. Aber doch. Oh, nicht gesehen. Oh, nicht gesehen. Stunt. Was macht das Ding hier? 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 Okay. Was macht das Ding hier? Das ist massiv, da kriege ich auch nichts rein. Was macht das Ding hier? 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 Das ganze Konstrukt muss mehr hier hin. Was macht das Ding hier? Genau. Was macht das Ding hin? Was macht das Ding hier? Was macht das Ding aus? Ah Marvin, Hebel länger und den Ball auf den Stab legen? Oh, man. Oh. Oh. Ah, mit Timing geht es auch ohne. Mit Timing geht es auch ohne. Das finde ich gut. Das mache ich so. Das klingt viel lustiger. Aber ich brauche einen längeren Hebel. Ich brauche einen größeren Schläger. Da sind wir uns doch einig, oder? Ich brauche einen größeren Schläger. Weil größer ist immer besser. So. Jetzt zeige ich dir mal einen richtigen Schläger. Bam! Danke, Tralala. Einfach ein Baseball-Schrein. Geil. Genauso was liebe ich. Wir hatten im ersten Teil viel Golf. Jetzt haben wir einfach ein Baseball-Schrein. Finde ich nice. Bis zum nächsten Mal. Natürlich. Tschüss. So. 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 ist in der kiste das gut ist drin krank die frau bin dank für den vortrag Das war's für heute. Mann! Das war's für heute. Ich habe gelernt, der Knochenarm ist das beste, also in dem Anfangsgebiet, was du auf die 20 auf die Waffe. Plus 20. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Guck mal, da ist das Plateau. Meinen Sie, das bringt was, wenn ich ins Plateau gehe und in den Schreien, wo ich aufgewacht bin? Oh, Junge, Junge. Das war knapp. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich will unbedingt wissen, was in der Höhle ist. Wo man aufwacht. Oh, guck mal. Ich will immer, dass wir mit der Frau, können wieder Sachen finden. Bleib stehen, bleib stehen. Was? Ein, ein. Ein Betrüger. Das war's für heute. Also, eigentlich muss da was drin sein. sowohl in der zettelte als auch in unserem schlafraum und das ist doch ein krok wenn das nicht dann der da drüben hallo ich dachte es noch einer dank laura ruinen des tempos kann ich hier nur beten gibt es hier sonst nix hätte ich gewettet gibt es was umsonst vergessenes plateau schlosstor gefangen auf dem grunde des wassers ich frage mich immer noch ob es auch versteckte schreien gibt habe ich bisher noch nicht gesehen wo man in der overworld irgendein ereignis machen muss damit ein schrein auftaucht gab es bislang noch gar nicht bislang waren immer nur alle schreine einfach so irgendwo verteilt ich frage mich immer noch gar nicht bislang Nein, bin ich gespannt, ob da was drin ist. Irgendwas müssen die da reingemacht haben. Schrein des Lebens. So was meine ich. Genau sowas will ich hier haben. Ey, sowas wollte ich nicht. Zum Glück war der einfach. Was ist das? Was ist das? Verlassenen Zentralminen im Untergrund. Ey, ich glaube man muss nochmal komplett auch einmal den Untergrund erforschen. Aber so weit bin ich noch nicht. So weit bin ich einfach noch nicht. Kann ich aus dem Ding hier wieder raus? Ne, Untergrund mache ich. Ich mache erstmal die Overworld so wie sie ist. Dann Himmel und dann würde ich Untergrund machen. Wenden. Wenn. Dann. Am Ende. Glaube ich. Bin zwar auch neugierig was drin ist, aber nicht so neugierig als dass ich jetzt da sofort reinspringe. weil da komme ich komplett von meiner Aufgabe ab. Wieso ist da ein Schrein oben drauf? Wieso ist da ein Schrein oben drauf? Zwillingsberge. Zwillingsberge müssen wir eigentlich auch mal durch. Da kann man bestimmt ganz oben dann auf ne Insel oder so. Sag mir nicht, da sind überall so Schiffe, wo die ich zerstören muss. glaube ich, das dann sind vielleicht sogar schon das erste Mal imманischen Friedreich hinterher scanner. Und dann können wir dort ausehen. Figure ich ja keine Ahnung. Ich habe die Arbeit. Ich habe gerade kurz können Euch drauf pluck. Ich meine김ke dort zu einem Gebet aufpassen, dadurch ist der Name ist schön ein Schrein. Und nun finde ich das. Ich war mir sucht. Ich will in der zweiten Folge auf jeden Fall den Zora Titan machen. Erstens müssen ich wissen, was ich für eine Fähigkeit bekomme. Und ich will unbedingt Stobby. Ach, das war er schon. Okay. Am besten wäre ich Ingenieur geworden. Das ist alles ruhig. Hallo, hallo. Das wird eine Luxusbrücke. Das ist alles ruhig. 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 Schnell zur Kiste? Stopp. hier im handwerk es war doch 1a gebastelt hier im handwerk es war doch Vielen Dank. Ich wollte gerade sagen, lang keinen Krog mehr gesehen. Wo willst du hin, my friend? Rauchsignal. Ja, kein Problem. Ich bring dich. Ich bring dich mal, friends. Noch ein bisschen Gewicht heben. Ja, mit dem gleich richtig schön schlecht ist. Kann ich denn noch... ...mal ein bisschen hin und her drehen... ...mit der kotzen muss. Kleb dich mal auf so ein Rad. Das tut dir gut. Ist der oben Wasser? Wow, wie witzig. Habt ihr das gesehen? Das war geplant. Oh ja, die brauche ich. Hier die Knochen. Die sind OP. Jetzt kann man richtig schön verbinden. Das ist crazy. Wie stark die Sachen werden. Muss da noch irgendwo einer sein. Der Arme. Das ist wirklich witzig. Das Pokémon? Ach, das sind Sandrobben. Cat, bist du da? Sandrobben häkeln. Hast du gehört? ... ... ... ... gegobbelt. ... Ah! 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 Oh! Ah! Kaution, geh weg! Ich soll dir helfen, einen Stofftiere zu sammeln? Dann soll ich dir auch noch eine Kaution geben. Wo lebst du? Geh weg! Ach, ist alles selber gesammelt. Ich glaub beide, er hackts. Oh, ein Krog. Oh, ich werd echt dran ein Boot bauen. Das ist so aufwendig. Es gibt doch diesen Auto-Bau-Modus. Es gibt doch diesen Auto-Bau-Modus. Wann kommt der? Wann kriege ich den? Wann kriege ich den? Andersrum. Wieso denn in die Richtung? Kannst du dich nicht andersrum drehen? Oh, ich habe nicht alles drin. Um zu sagen. Oh, ich habe nicht alle das zu sehen. Oh, ich bin ja auch. Wir haben hier doch noch nie. Und wie es dir das alle angenehmende ist? Was ist normal? Ach. Oh, ich habe die Lage. in den wald müsste man dann auch mal warum komm ich da oben noch mit hin vielleicht kann ich die dicke einfach nee nicht die wieder ich habe noch voll viel leben na what the fuck wie soll ich die killen oh man kann man you ok okay ok ok Rekord, danke für einen Follower. So, kletter, Max, kletter mal. Schaffst du das? Oh, wenn er es ganz knapp nicht schafft, bin ich richtig sauer. So, kletter, Max, kletter mal. Hey, wie soll ich da hochkommen? Nur mit klettern. Ach, jetzt regnet das auch noch. Ihr sagt ja nichts wegen meiner Kamera, ne? Ich glaube, ich gucke die ganze Zeit, so Tom. Mann, Mann, Mann. Boah, das dauert halt übel lang, bis er wegen weg ist. Oh. Komm, hole ich den eben. Oh. 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 Das war's für heute. 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 Das ist doch falsch. Das war's für heute. 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 In the... Das war's für heute. Und... Das war's für heute. 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 Aha, da ist ein Krok. Also immer schön an die Bäume gucken. So, Regen muss jetzt aufhören. Energie-Süppchen habe ich am Start. Und gehe ich zur Lilla. Was ist das eigentlich? Für ein Riesendonut. Für ein Ufo. Was ist das? Was ist das? Bitte. Zwei Leisenrohnen. Federleicht. Sag mir meine Waage auch immer. Du hast zum Glück keine Waage, das ist auch gut, auch eine gute Möglichkeit. Ja wie machen wir das? Machen wir das, machen wir das. Ja. 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 Oh Junge, da ist ne Doppel. Wird das heute nochmal was? Da oben will ich hin. Schleichmedizin. Aber hier wollt ihr nicht hin, anscheinend. Ja. 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 Die sind schön kurz. Das gefällt mir aber, Nata. Das gefällt mir. Bei Breath of the Wild waren die teilweise so lang, dafür hast du halt hier in der Overworld, dass das alles so lang dauert. Alles ein Für und Wider, ne? Das gefällt mir. Was ist das denn hier? Hydrant! 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 Rakete, let's go. Schön immer umgucken. Ich kann mir gut vorstellen, dass es später eine Rüstung gibt, die die Ausdaueregeneration erhöht, weil die haben die extra weniger gemacht. Ich kann mir die Ausdauere sagen, dass die Ausdauere Da würde mich total die Physik-Engine interessieren. Wie das diese physikalischen Gesetze hier reingebracht haben mit der Wasserverdrängung, dass der weiß, wie doll er da hochspringen soll. Geil. Hier machen wir die Schreine... Wieso machen wir die Schreine hier viel mehr Spaß? Geil. 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 Gefällt mir, gefällt mir Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir Ich muss ein kleines Flugzeug bauen und dann da hochfliegen So ein richtig crazy Luftschiff Und nur begrenzte Batterie Und das wärs Was haben die Bock mit seinem Kopf? Was? 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 Ach, warte mal. Ach, 1, 2, 3, 4, ok, gecheckt. Nee, kein Eis. Ach, 1, 2, 3, 4, ok, gecheckt. So, da ist der Zora Weg. Ich hab was runtergefahren. Was kommt hier runter? Ich hab einmal den Krog-Dude getroffen. Der ist doch jetzt im Krog-Wald. Ich war aber noch nicht im Krog-Wald, Jojo. Ich geh jetzt zu den Zoras und vielleicht geh ich nach den Zoras in den Krog-Wald. Mal schauen. 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 Bist du sonst etwas hier? Mal schauen. Mal schauen. Was ist das? 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 Das reicht doch jetzt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Boah, da will ich nicht rein. Da komme ich nie wieder raus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. Oh Zora-Bogen. Das wäre mit einem der Karte so viel einfacher. Das wäre mit einem der Karte so viel einfacher. Ich denke mir das schon die ganze Zeit, dass es sich irgendwie so anfühlt, als könnte man tauchen. Es fühlt sich irgendwie so an, als könnte man tauchen. Das wäre mit einem Karte so viel einfacher. Das wäre mit einem Karte so viel einfacher. Was ist das denn? Ich würde das Geländer hier nicht hochkommen. In guter alter Dark Souls Manier einfach an den Gegner vorbeirennen. Kein Schnicks. Oh. 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 ganz schön glibberig hier bei euch muss man ein bisschen sauer machen ja 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 Ah, Wasserkraft, okay. Ich glaube, das ist eher so Elektronik mäßig, oder? Das kannst du? Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Das war's. Kann ich den irgendwie aufladen? Ah ja, kann ich. Ähm, hätte ich das vielleicht an mir wissen können? Komm, leer. Wie lange brennt der denn noch? Hallo, da ist leer. Wasser leitet keinen Strom. Ja, ich bin im Sprung, habe ich gedacht, ey, das ist vielleicht gar nicht so gut, was du da gerade machst. Was ist das? Ja, ich bin überhaupt nicht so gut. Ich bin im Sprung. Ich bin im Sprung. Ja. Ja. cooler schreien siehst du das ist so einfach geil geiler schreien kurz knapp gute idee fertig nicht zu verkopft nicht zu verkopft das fühlt sich dann einfach besser an der song ist gut dieser schlamm ok wie mache ich den schlamm weg komm mal ein arm putzen einer macht die ganze arbeit die anderen gucken zu drei sechs neun zehn vielleicht gehe ich jetzt mal drei vier mal auf ausdauer schon wieder blutmond wo mache ich denn den schlamm weg mit so einem wassermodul wenn das blut ja ja Oh, okay. Sidon und ich? Das ist die Verlobte. Die sind immer an der Spitze da oben, bitte gib mir die Zora-Rüstung wenigstens. Bitte gib mir die Zora-Rüstung. Zora-Rüstung! Bitte gib mir die Zora-Rüstung. Das ist so hoch. Habt ihr auch nicht die Zora-Rüstung, oder? Woher ist die Musik? Das ist nicht der Standard-Zora-Lead. Das wird ein richtiger Fußmarsch. Das ist nicht der Standard-Zora-Rüstung. 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 Das ist nicht der Standard-Zora-R Courtney. Ja ha! Ich verspüre ihn gleich durch. Ja Nath, hat noch nicht gespielt und bist trotzdem schon besser als ich. oh komm der nimmer mit wenn wir schon so nah dran sind dann Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Da seh ich doch schon wieder drei Schreine. Ja. Das war's für heute. Ich brauche nur viel mehr Ausdauer essen oder mehr Ausdauer. Boah, guck mal, wie viel ich hier fliegen könnte. Gerade auf dem Boden wäre direkt angegriffen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's 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 für heute gesehen. 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 Wie viel geht's, wenn'm leento. Oh, nochmal. Das ist cool. Kann ich sie wieder haben, bitte? Kriege ich den wieder? Oh ja, nicht so. Oh ja, nicht so. Dann komme ich hier so zurück. Und... Ich würde gern zurück. Hey, wie meinen die das? Wieso gibt es das hier unten überhaupt, wenn ich von hier aus nicht zurückkomme? Hey, wieso geht das jetzt und eben nicht? Hey, wie geht das jetzt? Oh Mann, ich will auch mit. Oh, ich will mit rüberfliegen. Kriegt das hin. Das war's, wenn wir raus. Ich komm gar nicht rüber, ne? Wieso machen die das denn jetzt so kompliziert? Wieso muss ich denn mit rüber? Und wie kriege ich die Dinger dann wieder zurück? Wieso? 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 Das war, glaube ich, komplizierter gemacht, als es war. So, Sidon. Ist das wirklich du? Ich freue mich so sehr, Link. Ich freue mich. 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 Da sind Leute, es gibt sie also doch. An anderen Standorten. Also das mit der Ausdauer ist echt nervig. Also das mit der Ausdauer ist echt nervig. Okay, jetzt bin ich wieder nackt. Nacktes Überleben. Motorisiert. Oh Gott. Oh, das ist gut. Oh Junge, da sehe ich mich. Kann man auch Boost geben irgendwie? Hallo, das ist doch kacke. Aufhören, geht weg. Kann man Boost geben? Geh weg, du Scheißvieh. Das ist doch kacke. Das musste ihnen doch im Test aufgefallen sein. Geh weg. 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 Ja, als ob die alle keine Waffe haben. Geh weg. Geh weg. Das war's für heute. Boah, wie langsam die Energie auflädt. Was ist das? Oh mein Gott, ist das nervig. So eine coole Idee, so scheiße umgesetzt. Also das ja nicht, weil's die Dinger kaputt macht. Was ist das für ein dummer Schreien? 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 Was ist das für ein dummer Schreie? Oh mein Gott 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 Was ist das denn hier für eine City? Ach, das ist Tabo Rasa. Hab ich genug? Ja, wir müssen auf Ausdauer jetzt gehen, das geht mir so auf den Sack. Ja, wir müssen 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 auf den Sack. Wieso kann der da nicht hochspringen? Ach man, ey. Scheißspiel. Ach man, jetzt komme ich da nicht dran. Das ist doch zum Kotzen. Wie soll ich denn denn abschießen, Mann? Ich vermisse echt Revali-Sturm. Übertrieben vermisse ich Revali-Sturm. Du bist deine Form. Du bist deine Form. Bis bald ist wieder so zum Kotzen. Oh, danke. Danke, Rito. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich bin halt so oldschool unterwegs, ne? Da mache ich es mir dumm schwer, obwohl es übleinfach geht. Oh! Ah! Oh Ah. 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 So. Hier waren übel viele Schreiner. Ich habe den Namen jetzt auch die Schnelle im Discord nicht gefunden. Ich banne ihn einfach weg. Ist mir egal. Einfach. Ich banne ihn. Ich kenne ihn nicht. Einfach weg. Oh. 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 Prügel N mexican Jetzt sind das so automatisch angreifende dinge, wenn ja mega machen jetzt greift tatsächlich an aber nicht wirklich stark kann auch sein wieso geht er denn auf mich der spaß gleich dem wie viel was das schon wieder für zwei schreien gut mal ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Steuergefühl. Das war's für heute. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Die Jute Schleichmedizin. Das war's. 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 So, so. Das war's. 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 Cool. Das war's. 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 Fühlt. Das war's. 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 Und... Und... Das war's. Das war's. Das war's. Und... Das war's. 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 Das ist. Das war's. Das war's. Das ist. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, yes. Oh, oh. Das war's. 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 Was? Das war's. 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 Donnerblumen. Das war's. 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 Immer noch. Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Oh, okay. Das war's. 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 Was ist das. Was ist das? Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Was war's. Das 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 war's.